mach mal ein spiel rein okay warte mal ich habe eins vorbereitet moment und zwar und zwar so jetzt muss ich mal ganz kurz gucken wir haben ja moment spiel laden wir haben ja noch die glitsch familie da bist du ja dabei der wahnsinn soll ich das mal machen wie du möchtest das ist dein stream ich hab's jetzt schon mal geladen aber das ding ist halt einfach ein bohr ich sehe gerade auf meinem laptop du siehst wahrscheinlich auch noch nichts ne ich sehe immer noch das was ich seit zehn minuten das ist zehn minuten schon bestimmt ich sage vielleicht zu deutschem wasser so also das spiel läuft auf jeden fall nur irgendwie scheint nicht umzuschalten naja das problem wird wahrscheinlich sein dass du bei obs noch keinen dicks muss gemacht hast keine szenen reingeführt das ist drin ja ist dann auch ja sicher moment nein okay jetzt jetzt ist es drin so jetzt könnte was passieren das sage ich dir gleich ja da tut sich was schwarzer bildschirm im schwarzen bildschirm habe ich einen schwarzen bildschirm ja eine sache das schwarzer bildschirm ist jetzt sehe ich was was siehst du oasis springs oasis springs warum sehe ich das auf meinem netbook noch nicht so ok dann werde ich jetzt mal wo ist denn die 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 da so ewig lange nicht mehr bezockt wo haben wir denn unsere wg bandi ja das sind die band ist ok mit bewohner dass der falli also ich sehe dass er nicht angezeigt verdammte scheiße kaliente da sind die glitsch siehst du kennst du die siehst du das schon ja ja kennst du den in der mitte nein was hast du für ein upload zweieinhalb eingestellt habe ich zwei so siehst du jetzt was ja wo ist denn das krisse dass der krisse siehst du dich wenn wir jetzt mal hingehen aha wie sind es auch so mit dem scrollen wir das so hier ist krisse ganz kurz mal gucken so was macht er gerade mike krisse junge erwachsener da ist die nette bunny glitsch die klicken wir jetzt mal an wir machen jetzt mal tagverschönern okay jetzt ruckelt er gerade ohne ende macht er gerade gar nichts kann das sein so hier jetzt mal tagverschönern flumdi wumdi siehst du was es ist immer noch elses springs nein ich stehe in der küche wie es sich gehört jetzt gehst du erstmal pipi machen wie muss auch sein nein ich mache so was nicht du machst keinen pipi ich bin wie kim jong un kim jong un hat ja seiner die partei von kim jong un hat ja gesagt dass kim jong un nie auf toilette muss nie nie und das glauben die hallo sicher ja das ist ja sehr sehr nett so pass mal auf wo geht denn das süße bunny kind jetzt hin oh die geht weg ist die wahrscheinlich zur arbeit ach ja die war glaube ich geheimagent das kann ich gar nicht sein weil er hat ein Buch in der hand das ist wohl wahr deswegen was können wir denn mal mit dir machen wir können dich an den computer setzen willst du ein bisschen daddeln gerne komm pass mal auf dann spiel mal ne runde oder ich spiel an der blondine da die ist leider zur arbeit gegangen hier spiele spielen was willst du immer spielen sims forever du spielst jetzt mal ne runde sims da kommt da siehst wie du gehst das ist ein geiler Gang alter hörst du auch sound wie ist der sound in dem spiel höre ich nicht hörst du gar nicht aber warte das liegt daran dass ich die da aus doch höre ich jetzt gehst du duschen siehst du er singt unter der dusche da muss aber viel pixel ne bitte da muss man aber viel pixel ne ja das ist ja wohl wahr das ist jetzt live ich brauche unbedingt einen zweiten monitor wenn ich das wirklich machen will ey du hast du machst das mal bei deinem fernseher ne ja genau wo ist dein spiel kennt der pennt noch und grüß hier dusch aber lange ja echt die duschphasen sind sowieso so richtig lange komm du musst jetzt hier spielen alter du bist ein zocker so hier sims sportspaß spiel genau du machst jetzt ein bisschen sportspaß jetzt gehst du an den rechner es geht an den rechner so fireball durchbrechen mhm ok fireball durchbrechen so ok bei mir im stream läuft es mal wie voll die werbung was denn das für ein scheiß ja hier auf meinem netbook sehe ich voll die werbung hast kein adblock drin ne ne auf dem auf dem auf dem kleinen rechner nicht ja bei hitbox kannst du sogar selber bestimmen wann die kommt ne die werbung ja aber werbung lohnt sich erst ab 300 leute die sich das auch wirklich reinziehen ja und bevor du 300 viewer hast äh vermute ich mal wird das sehr lange dauern du musst sowas spielen wie league of legends oder hardstone dann wird das vielleicht was spiele ich nicht spiele ich nicht nur am computer zocken bis hier was zockst du irgendwie fifa zocken siehst das er eher er die 60 guck der pfant guck 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 g7 das doch die vollen zieht wie verzockt mit der und das nicht getroffen ersten elfmeter verschossen du bist ja eine flaume Der Spielzahn ist nämlich leise, ne? Kann das sein? Äh, sag mal ruhig. Nö, geht. Ist okay? Ja. Na, jetzt bin ich wach geworden. Willst du mich verkloppen? Von Herzen kommentieren. Über Mode scherzen. Komm, ein bisschen verarschen musst du mich, aber. Über neuste Spiele reden. Sollen wir mal in den neuesten Spielen reden, Alter? Komm, wir quatschen mit dir. So, über die neuesten Spiele. Jetzt quatschen wir irgendwas. Oh, ja. Ja, 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 ja. Ja, und dann macht man hier schöne Sachen und dann erzählt man was da drüber. Ja. Entschuldigung. Herz aller Liebst, Alter. Herz aller Liebst. Du musst ja deine Community auch unterhalten. Das muss ich machen? Du bestimmt. Du hast ja aktuell noch keine. Drei Leute sind in deinem Stream. Du, ich und der Bot. Das ist doch schon mal mehr als nix. Ja, das stimmt. Wir können ja noch mal den Stream verändern. Wir können ja machen Spielstimms. Ja, er übernimmt ja die Änderung ja nicht. Ach ja, stimmt. War das bei dir auch so, dass er es nicht übernommen hat? Nein. Warte, ich gehe noch mal ganz kurz raus. So, das Stream. Jetzt will ich noch mal gucken, ob er es jetzt vielleicht übernimmt. Äh, äh, äh. Aktualisieren. Fehler beim Übertragung. Äh, äh, äh. Das ist aber schade. Hast du bei Sprache der Übertragung? Hast du da was drin? Nee. Tipp mal ein. Deutsch. Oh, jetzt hat er was geändert. Gut. So, pass mal auf, dann machen wir es mal hier. Spielt. Ähm. Wie ging das nochmal Sim und dann Spieletitel? Da gibt es schon automatische Sachen vor, wenn du was eintrittst. Sims 4, äh, 5, äh, 4. Was habe ich jetzt gemacht? Warte mal, das wollte ich gar nicht Sim. Äh, warte mal, Dashboard. Dashboard, wo bin ich jetzt? Bin jetzt komplett rausgeflogen. Die Sims 4 hat jetzt nicht angezeigt, aber okay, ich aktualisiere das mal. Please show a supported game Okay, mach ich mir nur Sims 4 Sims 4 Das findet er gar nicht Warte kurz Vielleicht sind sie Sims Sims Da sind sie, also Sims 4 Flum Aktualisieren Hat er genommen Es gibt insgesamt Zwei deutsche Kanäle, die Sims 4 machen Du wärst jetzt der dritte Cool So Die eine hat 17 Zuschauer Die andere 8 Cool So, dann geh ich mal zurück ins Spiel Siehst du das jetzt wieder, ja, ne? Mhm Was machst du gerade? Ich sitze vorm Rechner Und bist immer noch im FIFA zocken, ne? Ich hab ein Standbild Na, jetzt geht's Ja, genau Als ich würde dich belügen Ja, das ist, glaube ich, felsenfest Nen, 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 nicht also ich höre den spiel den spiel sound fast gar nicht aber du hörst ja ja wenn ich ihn anmache ja so gut das spielkind ist auf der arbeit okay der sitzt am duschen okay der geschau so spielkind dann pass mal auf den noch mal hier quatsch mal eine lustige anbrüllen ich könnte dich anbrüllen jetzt mache ich aber nicht dass das sein über musikgeschmack könnte ich auch spotten aber jetzt gehe ich erst mal kacken okay jetzt gehe ich mal ins da ich mich mit jemandem star okay was hältst davon so jetzt gehe ich hier mit einem coolen bandana gehe ich hin und dann gehe ich hin und jetzt aktuell imitieren star du guckst der folge langweil drauf jetzt hast dich amüsiert der simple menschen simple menschen simple freunde wie war das ne das band ist noch arbeiten okay du hast den computer geschrottet alter jetzt schrottet er den computer ich glaube dass er gerade gar nicht mal gucken du hast erst mal hunger okay du musst erst mal als ne ich hab hunger so alter du wirst jetzt erst mal den den rechner hier reparieren so mal gucken ob ein gewischt gehör jetzt hat er den müllwölter gerade rausbringen okay ja ja du wolltest nicht von der hausarbeit abhalten ja stimmt das habe ich unterbrochen jetzt liegt der scheiß hier rum dann muss ich das weg machen okay ich mache mir erst mal was zu essen ja du hast den rechner geschrottet was der wasch und nennen den hast du voll die abgeschrottet du hast den total geschrottet so ok wo ist der wo ist denn jetzt der crochet nachher macht sauber sonst nicht sauber machen dass er den rechner wieder hier am funkeln ist der rechner voll krass reparieren machst du das jetzt machst du es jetzt machst du es okay so mal gucken wo das hinkriegt oh gott bei solchen aktionen sind mir schon sims gestorben alter ohne scheiß echt ja alter bei sims 4 noch nicht aber bei sims 3 sind die und bei sims 2 auch wenn du noch nicht die richtigen reparaturskills hast sterben die leute freien reihenweise an irgendwelchen stromschlägen aber sieht gut aus ist es noch kein gewünscht gekriegt so was man auf die kinder zu ende gefressen und spiegel brücke sie mit dem müll weiter raus so zücken wegwerfen okay ich glaube du hast es hingekriegt alter ja du hast das geschäft so was ist das genau jetzt kannst du glaube ich in den hund das ist so du kannst es hier teile plündern hast du schon mal in das in das ghostbusters reingeschaut ne muss man machen ist echt voll ganz wenig zeit ja okay das hatte ich vergessen entschuldigung ich hatte nicht in erinnerung dass du so ein viel beschäftigter typ bist hier alter du solltest du bist du wegwerfen okay dann kannst du wegwerfen na gut okay wo ist denn das süße bunny ich habe ja noch die die albandi familie und wenn ich hier noch mal ein bisschen sims streamen soll dann mache ich auf jeden fall die albandi und co okay hast du bock irgendwas zu machen hier was willst du machen jetzt im spiel hier oder was keinem spiel sicher im spiel ja du sims sims viel ist nicht so mein deine liga ist nicht mein meine sportart habe ich mir fast gedacht okay es wird am abwaschen unglaublich dem krisiert jetzt auch noch den wasserhahn geschrottet alter du schrottest hier alles repariere den scheiß mal ich aber ich kann ja alles reparieren den rechner ist auf jeden fall schon hingekriegt hier voll die die fontäne das war ja voll was mit der dicken und der dicken zange hier ward am mengelovieren unglaublich der krisi reparkiert an wasserhahn der tierisch am bissen ist also geschafft alter er freut sich ein auch im bauch geld hier gleich teile durchsuchen wuppdi 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 ja du bist du bist voll der mann alter etwas mal auf hier so okay so dieses ist glaube ich wieder da ja da kommt die ist das mal was ist das mit der ische machen weiter und sie ein bisschen an baggern stellen auf 18 dann etwas gehabt sein dann seid ihr so was man auch du machst jetzt hier ein bisschen die ich an so pass mal auf erst mal Prozent tiefgründige unterhaltung fesselnde geschichte genau machen wir auch auch die geschichte hat dann siehst du die ist es geil ne du siehst wahrscheinlich erst mal noch den den reparierenden wasserhahn die ich hier die steht jetzt da mitten im raum ja super pass mal auf dann hallo lustige geschichte dass man auf wir sind krisi voll jahre sie gebände es gab es mal auf ich schieb mal den hageren typen da weg so was machen wir jetzt mal hier süße nichtigkeiten flüstern was hältst du davon ja das ist immer sehr okay machen wir machen wir machen wir kommen wir müssen dafür aufstehen alter die sieht aber auch so aus als würde sie mir gleich eine fresse haben wir haben sie aber noch ganz anderen sachen auswählen das stimmt jetzt kommt sie jetzt bin ich ja schon wieder am rechner was soll er soll er die Oster auf die Couch geben bis jetzt ein bisschen was an und schamieren am Schamönen die alle sie er hat auch gehen immer weiter gnadenlos kitzeln anbrüllen was willst was willst oder unglaublich geschichte ist ein süßes noch waren wir schon gnadenlos kitzeln ist gut ja gute mann kitzeln sag mal gucken ob man knutscher drin sitzt das hältst du davon oder es ist noch zu früh ist noch zu früh ist noch zu früh was hältst du vom massieren ah massieren das geht aber auch schon in eine ganze geh mal nochmal kitzeln da ja das ist schon gut irgendjemanden parodieren im moment er ist wieder aufgestanden dann parodieren mal eine runde ich finde ich habe dich gut getroffen findest du nicht naja geht so so und jetzt machen wir mal schlüpfrige frage stellen was hältst du davon ah noch zu früh anmachsspruch ja ok läuft ok hey baby ich bin ein geschenk für dich ha 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 oh sie denken an ein bett ja dann jetzt jetzt attacke attacke was machen wir ähm kokett ärger gnadenlos kitzeln nein tief in die augen schauen ja komm wir schauen ja das machen wir natürlich ok baby hallo mein name ist mike rizzi und ich hau dir jetzt unheimlichen tiefen blick in die augen äh äh ok hey die ist müde ne die ist müde ne ja die ist sim die ist sim du hast hunger sie ist sie braucht spaß aber das macht ja keinen spaß da kommen einen haben wir noch hinterher was können wir jetzt ok ich glaube wir machen jetzt wir gehen jetzt voll aufs ganze ne sie geht jetzt wirklich pennen ja dann gehen wir hinterher ich glaube nicht dass das funktioniert wieso das nicht so sind die sims nicht gestrickt da musst du erst ein bisschen was bringen ja 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 du bist jetzt was am fressen du brauchst jetzt ein paar chips wieso bin ich denn schon wieder am essen alter ja weiß ich das ist ne denn gewicht muss gehalten werden ja ok ok also dann hier also aber hier was mit ananas essen ananas essen ja wenn ja einer ananas macht dann bin ich da sollte ich hab's voll drauf du hast das baby in schlaf gequatscht ja ja du bist aber irgendwie noch den hageren typen aus der wg rausschmeißen der nervt der hier der ist gar nicht da alter was machst du hier joggen gehen outfit in an aktion was können wir denn machen runde bilden warte mal wie war das jetzt mit dem inventar äh 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 die sorgen für die eigentlich so kleine betten und sie schon pennen da in seinem luxus das habe ich extra so gemacht das ist irgendwie ne pass mal auf wo ist denn das verkappte inventar äh inventar da wo ist die gitarre moment wir haben aktuell die gitarre pass mal auf wo ist denn die klampfe da pass mal auf kann ich dir ins inventar ziehen ja kann ich pass mal auf du spielst jetzt mal ne runde gitarre alter sim wir üben bei ne runde okay mach da mach da mach da hey kid okay super ja es ist spielkind 45 der irrt sich so okay die kleine ist noch was am pennen die kleine ist das am pennen was macht cruiser der ist schon wieder am fernsehen gucken hier guckt fußball ja passt ja läuft was hast denn hier du möchtest gerne einen schmutzigen witz erzählen ja das kann man machen du möchtest gerne bunny kennenlernen das können wir aktuell nicht machen weil die voll hier was am abmunzeln ist die braucht spaß aha ja spaß kann sie haben ja 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 aber ob ihr das spaß macht weiß ich nicht hahaha so pass mal auf du gehst jetzt hier mal hin und wirst mal ein bisschen zuschauen wumdi wumdi ein bisschen mal hier ne kommunikation betreiben hm dein gang ist auch geil gib zu dass dein gang total cool ist hm er kommt da er kommt da ey man oh kai ah so 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 ja 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 ok kommt noch so ein chavo ey was willst du hier oh der ist jetzt einfach verschwunden der ist einfach durch die durchgelaufen da ist bunny bunny ist wieder frisch ok dann machen wir es direkt weiter ja ja bunny baby pass mal auf äh hände küssen hände küssen macht sie das mit macht sie das mit ok hey baby und jetzt und jetzt und jetzt geheimnis ausplaudern ok wir sind beide sie ist auch zumindest kokett ok was jetzt grüße ich pass auf wir können jetzt schlüpfrige frage stellen aufreizend posieren können wir auch sollen wir das machen wir mal kurz sehen das machen wir mal aussehen das geht euch ne rose ich kenne doch ah guck mal das zeigte voll die muckis ey ok und jetzt ja sie ist fährt aber drauf ab alter machen wir mal von herzen kommt ein kommendes kompliment machen machen wir mal kommen hey baby ok ok flirten komm wir flirten mal ne runde ey sie ist kokett aha ja wie ich in die kameragrense hatte geil ne pass mal auf jetzt machen wir mal hier jetzt flirten wir mal ne runde boah die geht ja die geht ja wenn das mal so einfach beim leben naja so dann nochmal den tag verschönern und gestehen sich angezogen zu fühlen was hältst davon ja ja sehr gut ok machen wir machen wir machen wir ja vorn und kompliment oh wie geht muss pippie komm da gibt pinken du klammer ist ja 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 oh sie muss auch pinkeln das ist natürlich äußerst ungünstig das ist schlecht jetzt ja weil gerade spiegel glaube ich auch über runde pissen geht ja ja und sie Okay, Crochet geht es pennen. Ich finde deinen Gang einfach cool, Alter. Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Okay, er setzt sich gemütlich auf die Parkbank. Du wirst nicht auf der Parkbank. Der pennt auf der Parkbank. Crochet, unser Parkbank penne. Siehst du dich pennen? Nee, noch geh ich. Noch gehst du. Ah, da ist die Bank. Wieso legt der sich denn auf der Bank? Das ist ja doof. Wie Klammern schmecken, ey. So, pass mal auf. Sie ist jetzt was am Abplatzen. Die Blase platzt gleich. Moment. Hat als Spiegelnd gepinkelt. Dem platzt auch gleich die Blase. So, damit er nicht irgendwie... Moment. So, dann müssen wir es reparieren. Sonst können wir das nicht verwenden. Und jetzt bleibt der Müll wieder liegen. Nein, er bleibt nicht. Doch, er bleibt liegen. So, Crochet macht jetzt hier mal den Müll weg. So. Was? Soll die Olle machen? Ja, die Olle pennt. Die Olle ist hier voll was am Abmunzeln, ey. Guck dir das an, ey. So, Spiegelnd macht das Scheißhaus sauber mit einer monströsen Zange, die seinesgleichen sucht. Alter, da kann man ja... Kommt Crochet, was ist mit dir los? Du bist auch schlecht drauf. In der Blase. Ist auch kurz vorm Explodieren. Ja, das kann passieren. Jetzt ist er was am Plündern. Pass mal auf. Jetzt gehst du erst mal... Ja, Alter, aktuell können wir nicht pissen, weil... Das Scheißhaus ist in der Melle. Ist kaputt, um deutsch zu sein. Äh, allen ist hier die Blase am Platzen, nur weil das verdammte Scheißhaus... Kaputt ist, ey. Unglaublich. Hm. Jetzt gehst du mit Druck auf die Blase und gehst hier pennen. Du gehst wie so eine... Wie so ein... Was soll ich sagen? Alter, mach das Scheißhaus jetzt mal sauber. Ist ja widerlich. Okay, du bist am pennen, Alter. Hm. Boah, wie lange braucht der denn für das Scheißhaus? So, und jetzt hier direkt pissen. Verwenden. Okay. So. Die erste Blase wäre, glaube ich, gerettet. T-t-t-t-t-t. Okay. So, dann kannst du den Scheiß auch noch plündern. Ne, die sind hier was am abpennen. So, plündern. Passt mal auf. Ich glaube, ich hole jetzt einen aus dem Bett. Bei ihr brennt es am heftigsten. Das heißt, die muss jetzt auf jeden Fall erstmal, ne? Sonst explodiert es. Und das wäre ja scheiße, ne? Wortwörtlich. Genau, geh jetzt mal raus. Wieso haben die eigentlich immer da Müll in der Wohnung rum? Ja, der Müll, der kommt daher, dass sie das irgendwie am... Wenn du reparierst, dann kriegst du irgendwie einen Haufen Schrott dabei, ne? Und, ja. Du hast einen Fan im Stream. The Jazzman. The Jazzman? Hallo, The Jazzman. Hallo, Jazzman. Uhu. Hat er was geschrieben? Ich sehe ja den Chat nicht. Ach, du siehst doch. Geh mal auf dein Dashboard. Da muss ich ja wieder raus aus dem Spiel. Du hast doch einen Laptop. Ja, aber der kriegt den Chat irgendwie nicht. Im Moment. Chat. Sim. Also sehe ich den Chat nicht. Naja. Warte, ich guck mal. Ja, ich habe auf dem Network habe ich Linux drauf. Mit Linux komme ich voll nicht klar, ne? Irgendwie. Chat. Übrigens, äh, The Jazzman ist eine Sie, ne? Also, äh, dass da auch Bescheid weiß. Okay. Kann sich hier irgendwelche Geschlechter einfach benennen, wie du willst. Ist das so? So, Deck, Deck. So, du hast jetzt auch ausgepinkelt. Pass mal auf, dann kannst du jetzt hier erstmal richtig was plündern, ne? Gehst du was plündern? Aber wieso sehe ich hier meinen Chat nicht? Ja, das ist irgendwie Linux. Ich komme mit Linux voll nicht hin, ey. Wieso hast du denn da Linux drauf? Weil das XP irgendwann, ne, von wegen sicherheitstechnisch und blank bleibt. XP hast du doch drauf gehabt. Schön. War ursprünglich drauf, genau. Und deswegen muss, und für Windows 7 ist das Ding zu langsam. Und deswegen habe ich hier, pass mal auf, Grosje, du wirst jetzt hier mal ganz kurz wegwerfen. Ein bisschen Ordnung hier machen. Und die Frau kann gleich ein bisschen, wie soll ich sagen, okay, die ist aber am verhungern. Aber die haut sich auch gerade auf den Kopf, wenn ich das richtig sehe, ne? So, warte mal. Ich starte hier nochmal neu, die Seite. Vielleicht sehe ich den Chat dann. Hat denn sie Jess mir was geschrieben? Äh, ja. Äh, Jessica, ne? Kannst aber gerne Jessie zu ihr sagen. Okay, Jessie. Ja, Jessie. Schön, dass du da bist. Ganz kurz gucken hier. Ja, nutzt OBS. Ja. So, du bist fast am Kochen hier. Was ich nicht verstehe, ist, dass der verdammte Chat hier nicht am funktionieren ist, ne? Ja, wenn du das irgendwie öfter machst, dann brauchst du echt, glaube ich, einen zweiten Monitor, sonst kannst du das komplett knicken, ne? Ist das so, ne? Du hast ja auch einen zweiten, ne? Herr Grosje. Warte, ich muss gerade lesen. Ja, das kann man alles machen, aber das ist, äh, sind die ersten Gehminuten von Spielkind45, äh, was Stream angeht. Mein allererster Stream. Und, äh, es tappte sich noch durch die Welt in der Streaming. Und gerade tappt er mit dem Messer, hackt sie irgendwie auf die Fleischklöpse ein und, oh Gott, oh Gott. Du bist irgendwann wieder umfressend. Aber warum verkackte Scheiße sehe ich den Chat hier nicht, ey? Mann, 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 Mann. Du hast ja nur einen, du nutzt ja nur einen Monitor, ne? An deinem Rechner oder hast du zwei Monitoren? Ne, ich hab nur einen. Okay. Dann ist das schlecht. Ah, jetzt, jetzt kann ich was lesen. Ach so, ah, okay, Moment, äh, warte, 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 jetzt kann ich, jetzt ist der Chat da. Okay, Moment. So, ach so, okay, du kannst aber auch den Chat per Overwolf einwenden. Äh, lassen, weißt du, kannst dir transparent einbauen und so weiter. Ja, super. Walntopia, Jasmine, cool, jetzt kann ich lesen, was du schreibst. Super, sei gegrüßt. So, dem Krüger ist hier was am Fressen, ne? Das ist, äh, unglaublich. So, Spielkind ist auch was am Fressen. Die Kleine ist schon wieder was am Pennen hier. Okay, die braucht mal eine Runde Spaß. Die muss ja gleich auch schon wieder arbeiten, aber was, ne? Wie ist jetzt hier Energie? Okay, das ist nicht besonders gut. So. So, Herr Krüger, wonach werdet ihr denn? Er geht erst mal duschen. Dem Krüger geht duschen. Pixel, Box, Box. Ja, ja, du bist ein sauberes Kerlchen, muss man sagen. Alter. So, was ist hier, der mit Spielkind anmachen, der ist, äh. Aha. Der steht wahrscheinlich wieder irgendwo draußen mit der Gitarre. Nö, nö, der ist jetzt hier noch am Fressen. Der ist aber gleich ein bisschen platt. Ich glaube, der muss auch mal pennen gehen. Jetzt weiß ich gar nicht, welches Bett ihm gehörte. Wir nehmen mal das Frische. Das ist gut. So, schlafen. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Dö, dö, dö. Warum ich mich hier am Schleppen bin, voll krass, voll am platt sein. du weißt man so lustig bin ja du bist eine pfeife seit wanderte hin schon immer gewesen für die für die ladies man hier in krisen live und in farbe mit ein paar pixel boxe aber die kann man sich ja wegdenken bist ich aber was am schrubbeln ist ja unglaublich naja so viel fläche so wie sie dann mit dem krisen hier für die energie angeht ich glaube du gehst immer eine runde pennen dann sind es erst mal alle am pennen so schlafen wuppdi wuppdi so gute nacht meine süßen alle am pennen hier so dann sprühen wir mal vorab die wabdi rabdi wabdi sollte ich glaube die kleine braucht erst mal eine runde spaß sonst nimmt sie sich was weiß ich was banni muss in einer stunde arbeiten okay dann kannst du jetzt hier mal ein bisschen spiel spielen hier spaß genau wuppdi wappdi wo ist sie schon wieder arbeiten die arme was aufgeflogene tarnung bei der ausführung eines auftrags fliegt die tarnung eines der agenten von banni auf das protokoll verlangt den sofortigen abzug und will den auftrag sofort noch abschließen soll banni ihnen befehlen abzuhauen oder kommen arbeit beenden das noch mal hier sauber steht da ein wertvoller vorsicht und dann die regelverstoß egal na gut okay grüße du bist auch schon wieder wach alter was mache ich jetzt mit dir sache es habe ich keinen job oder so oder eigentlich nur zu hause ab du bist du bist ein hänger genau du hängst nur zu hause ab ja dann lebt uns doch wieder hin nee ich glaube dass du meinst ja echt ich meine das können wir machen aber jetzt mal ganz kurz schauen so wupp grüße wo bist du jetzt aktuell ich glaube jessman wird sie mal verkoppeln grob vorstellen das machen wir machen wir lustig grüße ist ja lustig ne und dach was bist du für eine matrose ich glaube jessman kann sein dass jessman irgendwie ziemlich heiß auf dich ist sie sagt die ist irgendwann einfach ihr sehr gefallen hey jessman das ist grüße gucken wir an in voller pracht und gänze wer bist denn du ist hier Rentnertreff wieder weg was kann ich denn mit dem grüße mal machen was hier mit weekend der ist gerade wach geworden dem drückt aber wieder die blase pass mal verließe erst mal ein bisschen hier ne gitarre spielen kannst du später okay er nicht im stehen vom stehen pissen hat keiner was gesagt alter dann machst du die schüssel zumal sauber wie ein champion pieseln verbessern was kann man denn da wo verbessern ja verbessern mal überragende spülung hinzufügen okay das hält davon und das ist für dich alter soll ich die an machen auch das sind alles jogger hier scheiße wo gehst du da bin ich habe ich nicht die nötige schuhe dabei okay hier ist ein bisschen langsamer die könnte ich klar machen lustig vorstellen wo ist er schon wieder drin ach ich habe auf dich gekleckt du reparierst das gerade okay naja dann wie lange ich meinen stream test heute mache ich glaube nicht so ganz lange also wir testen noch mal ein bisschen rum und insofern kann ich das noch gar nicht genau sagen wie lange ich das mache dass man so dass mir tut was meinst du wie lange wollen wir noch wollen wie lange musste noch sache 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 s s s ja mir wurscht ist so ein bisschen ziel wir können auch wir können auch gucken dass wir irgendwie rocket league oder so ich weiß es ja nicht alter du weißt genau wie schlecht ich ja das weiß ich ich glaube das lassen wir besser irgendwie so du hast du machst das klo kaputt ich muss das reparieren aber nein du verbesserst das gerade so wir machen jetzt besser dass wir machen es immer ganz kurz branche servieren oder schnelle mahlzeit catering können wir auch wir machen mal schnelle mahlzeit essen machen wir mal ein joghurt okay du hast was verbessert das auf jeden fall gar nicht so schlecht kann das sein dass die einzige in der in der wg hat die die rolle ist die arbeit oder so ich glaube spielkind hat auch einen job warte mal ganz kurz wo kann ich das noch mal sehen musikgenie fähigkeiten mikrosucher in zwei tagen habe ich einen job also ich habe eine relativ gute gleitzeit du bist der einzige der gar nichts machen oder bis mittwoch ne ja 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 da war einen geilen joghurt das jetzt mal im schädel gedrückt du denkst gerade an gemüse alter wie kann das denn was du denkst hier voll an gemüse das ist ja total unrealistisch dass das das geht gar nicht ja ich versuche gerade irgendwie So, pass mal auf, Grigee. Du hast natürlich richtig Hunger. Du holst ja noch einen Nachschlag, oder? Naja, schmeißt das weg. Alter, du räumst auf. Was ist mit dir los? Du bist ja voll der Hausmann. Du bist ja jetzt voll am Abspülen. Ich glaube das ja gerade gar nicht. Das ist total an der Realität vorbei. Nö, nö, du bist voll fleißig, Alter. Ich spüle, ich spüle, ich spüle. Und ich grinse mir ein dabei. So haben wir eigentlich gebrauchtes Geschirr im Kühlschrank. Das sind Reste. Und wenn die Reste verdorben sind, muss man die rauspacken. Achso. Ich meine, das kann man ja mal machen, wenn die Eltern zu Besuch kommen, dass man das dreckige Geschirr einfach nicht schafft. Ja, das kommt vor. Aber so. Du machst irgendwie gar nichts im Haushalt, ne? So. Ja, es kommt drauf an. Soll ich was machen? Sag mir, ich mach was. Pass mal auf, ich kann das jetzt hier abspülen. Chips essen aufholen. Was hältst du davon? Ja, ich möchte dich da auch mal sehen. Ein bisschen evolvieren, ne? Was machst du? Ja, das verstehe ich wohl. Aber du bist schon wieder am spülen, Alter. Jetzt bringe ich, glaube ich, den Müll raus, oder? Ja, Spiegel bringt den Müll raus. Das ist doch eine super Sache. Und Crochet, Alter, was machen wir jetzt? Ich wollte aus dir eigentlich einen Hacker machen. Weißt du mal, können wir ein bisschen hacken, hacken, hacken? Schreiben, kommen, die Programmierung, Kontakt, wo gehst du denn jetzt schon wieder hin? Hacker spülen aber nicht. Ne, Hacker spülen nicht? Nein. Warum nicht? Die ernähren sich von Pizzen, die geliefert werden. Okay. Und Joghurt essen die schon mal gar nicht. Okay. Das ist natürlich, ähm, ärgerlich. So, pass mal auf. Jetzt, bist du jetzt hier was mit deinem Handy anbimmeln? Oh, soll ich dir die Ische klar machen, Alter? Komm, wir machen dir eine Ische klar. Aber du hast ja Bunny, du willst da einen Bunny ran, ne? Komm, sei ehrlich, du willst da einen Bunny. Wer nicht? Hä? Hey, Bunny. Hey, Bunny, was geht? Pass mal, hier ist eine Frau für dich. Die machen wir dir jetzt sehr klar. So, pass mal auf. Lustig vorstellen. Aber keine Generin. Nein, scheiße, das war ich. Jetzt mach ich die alte Oma hier. Nein, komm mal her. Was ist das Spiel? Komm mal her. Der Crochet. Pass mal auf. Crochet hier, ne? Lustig vorstellen. Das ist ein Mann deiner Träume, Baby. Hallo? Hä? Ey, voll die geile Bandanenschale, ey. Wow. Sie hat Spaß in der Bank. Was hatten die in deiner Tasche? Ja, ist das nicht ein wunderschönes Pärchen, sag du mal. Brohendo? Brohendo? Okay. Sieht aus wie ihre Mutter. Ja, voll die Parkbankpenner hier irgendwie. Unglaublich. Tebedee. Bacoya. Da kommen noch ein paar Penner. Boah, was laufen hier für Gestalten rum, Alter. Ich hab das ja echt nur ganz, ganz wenig gespielt, die Sims 4, ne? Und insofern, ähm, haben das jetzt hier mit der Glitch ein bisschen angefangen und da hab ich ja die Bundys noch gemacht, ne? Und, äh, okay. Okay. Okay, Bunny ist befördert worden, wenn das nicht ein Grund ist, ne? Für Crochet da mal richtig... Okay, die braucht aber Spaß. Süße, du musst jetzt auf jeden Fall... Genau, geh an den Rechner. Genau, so ist richtig, Kind. Du musst jetzt mal eine Runde abspassen hier, sonst, äh... Dann kommst du, fährst du ganz schlecht rum, ne? Ab, äh... Alter, jetzt spiel nicht so viel mit deinem Handy, ist ja widerlich. Was spielst du denn da? Tetris? Ja. Ich erzähl dir einen von Dinosauriern, der ist ja unglaublich. So, jetzt machen wir Bunny Crochet fertig. Was hältst du davon? Jo. Die braucht erstmal... Die spielt gerade ein bisschen FIFA, ne? Weil der Spaß ist voll im hohen Bereich. Die ist ein bisschen dann am Stinken, aber das ist dir wahrscheinlich egal, ne? Das ist mir völlig wurscht. Hab ich mir gedacht. Aber du brauchst... Du brauchst erstmal eine Piss-Aktion, sonst ist irgendwie scheiße. Schon wieder? Ja, dein Bloss hat eine Kinderblase. Was willst du machen, ne? So, hier, verbinden, wupp. Was findest du da so komisch? Nichts. So, was mit dem Hüttenbrenner hier? Pass mal auf, Alter. Du wirst ja so ein bisschen hier klampfen, ein bisschen was irgendwie, ne? Geld verdienen. Wo ist denn jetzt die Gitarre schon wieder? Ach, der, glaube ich, da stehen lassen, Mann. Das ist ein Penner, der... Mh, 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 mh. Okay. So, du machst noch gerade eine Sitzung. Willst du jetzt was mit Bunny klar machen? Ja, wie oft noch? Also, wir haben die Option, fragen, ob sie Single ist. Wir können flirten. Wir können über Mode scherzen. Wir können die neuesten Spiele reden. Wir können von jetzt ein kommendes Kompliment machen. Komplimente sind immer sehr gut. Immer sehr gut. Okay, dann machen wir jetzt erstmal, ne? Ey, Baby. Hallo. Ja, du bist der Traum meiner sinnlosen Computerspiele. Das ist unglaublich. Das ist ja natürlich auch FIFA am Zocken, ne? Du kommst irgendwie nicht dazwischen. Tja. Wenn Frauen einmal FIFA spielen, dann kommt man, ne? Ist das so? Bestimmt. In irgendeiner Welt wird das so sein. Meinst du, Frauen spielen kein FIFA? Wenig. Ja? Ja. Okay. Also, ich habe noch keine kennengelernt, die FIFA spielen. So, pass mal auf. Lustige Geschichte. Kompliment über Aussehen. Machen wir nochmal ein Kompliment über Aussehen. Und wenn wir dann ein gemeinsames Foto machen, was hältst du davon? Dann geht das gar nicht. Oh, ja. Ein Techtel, Mächte. Wir können auch schon sofort, Emilius Riss, geben. Ich glaube, das wäre ein bisschen krass, ne? Warte mal, es gibt schon. War ich schon auf Toilette? Nicht, dass wir während, ne? Ja, ja. Du kannst sogar ein Baby machen, Alter. Ne. Wir fragen... Okay, pass mal. Wir fragen erst mal hier, gestehen. Wir gestehen erst mal, dass wir uns angezogen fühlen, okay? Hey, Baby. Hallo. Ich muss dir was ganz Wichtiges sagen. Ich sitze zwar mit dem Rücken zu dir, aber egal. Und ich erzähle dir was von meiner Lieblingskonsole. Ja, ja. Alter, du sollst hier ein bisschen rumgehen. Dann flirten wir erst mal eine Runde. Jetzt erzählst du dir einen vom Geld. Alter, was machst du hier? Okay, jetzt kommen Blumen ins Spiel. Jetzt wird er romantistisch, der gute Mann. So, Anmachspruch. Anmachspruch. Komm, wir machen jetzt einen Anmachspruch. Hauen wir rein. Okay. Okay, sie ist mächtig am Stinken. Ist dir immer noch egal? Wurscht. Okay, dann gucken wir mal. Mehr Auswahl. Romantik. Komm, jetzt knuddeln wir so mal. Wir knuddeln jetzt mal eine Runde. Komm, steh auf hier, du Penner. Du hörst jetzt auf, hier mit FIFA zu spielen. Ja, ja. Renauble against. Alrighty, right. What? What? Come on. Come on, come on. Steh auf, Mann. Du machst das alles im Sitzen, Alter. Ich bin beeindruckt. Ich mach einiges im Sitzen. Das hab ich mir irgendwie gedacht. Komm, jetzt hier anmachen. Kuss hauchen. Genau, wir hauchen einen Kuss. Wir könnten auch bitten, Freundin zu sein, aber wir wollen jetzt erst mal einen Kuss hauchen. Was hältst du davon? Was machen wir? Wir hauchen hier jetzt einen Kuss. Ach so, ja. Ben, da war Feuer drin. Hast du das gesehen? Wowie, daui. Okay. Okay, dann jetzt schlüpfrige Frage stellen nochmal. Du machst das alles im Sitzen, Alter. Du bist echt ein Mann. Und jetzt redest du was von geblümten, geherzten Unterhosen. So, und jetzt nochmal bitten, Freundin zu sein. Sollen wir das machen? Oh ja. Okay. Auch im Sitzen, dann. Du bist aber echt ein ganzer Alter. Hey Baby, willst du das Bett mit mir teilen? Und deine Checks? Hey. Seid ihr jetzt zusammen, oder nicht? Wirst du jetzt mal ganz kurz gucken? Okay, ne Rose anbieten. Okay. Alter, du musst jetzt mal aufstehen, sonst kriegst du das nicht hin. Nein, das geht grad nicht. Ich hab Krampf. Es hat Krampf. Scheiße, es krampft sich zusammen, ey. Jetzt erzählt sie das von Bürgern und Pommes, ey. Baby machen, Kuss hauten, flirten. Um Verabredung bitten, hier wird nicht, ne? Romantisch, komm. Wir halten mal Händchen, mal gucken. Irgendwie macht er das gar nicht, weil sie hier echt noch am Abzocken ist. Pass mal auf, ey. Wie sieht denn jetzt ihr Spaßbalken hier aus? Ganz kurz mal kuckeln, kuckeln, kuckeln. Okay, jetzt hat sie Hunger. Oh. Pass mal auf, jetzt machen wir es mal anders hier. Jetzt küssen wir mal ein bisschen dem Crochet die Hände. Gib mir das Ganze mal ein bisschen und sie ist voll am Abmiefen, Alter. Du brauchst eine gute Nasenklammer, sonst wirst du echt übel. Ey, wie stehen die Penner hier nicht auf, Freunde? So, halt jetzt, jetzt wird's romantisch. Oh. Was, 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 was? Wo gehst du denn hin? Schon wieder in den Kühlschrank, Alter. Du enttäuscht mich. Okay. So, aber mach was zu essen. Hoffentlich macht er eine komplette Portion für alle, weil sie hat auch tierischen... Ich glaube nicht. Ich glaube das ja auch ehrlich. Müssen wir mal gucken. Na, ansonsten musst du hier irgendwie schauen, dass sie da... Okay, sie hat irgendwie ein Levelaufstieg. Level Simpser Videospielfähigkeit. Okay. Ja, will ich die auch noch hinkriegen. Also Crochet braucht mindestens Level 100 im Videospiel. You see? Und? Massen-Koportionen oder? Doch, du hast echt... Du hast echt irgendwie... ...für alle gemacht. So, pass mal auf. Gericht nehmen. So, du Bunny, Süße, du musst jetzt was fressen, sonst kippst du mir nur aus den Latschen, Süße. Ja, lass jetzt mal auf so zocken hier. Pass mal auf. Ach, man muss das erst abklicken. Genau, ey, die Sims hier bin ich echt nicht gewohnt, ne? Siehst du, sollst du jetzt hier einen Teller nehmen, ey? Und du haust schon wieder ab. W-w-w-w-w-wo geht's denn jetzt hin? Hallo? Hallo, ihr beiden? Oh. Oh, Crochet, siehst du, was ich sehe? Mit 20 Sekündiger Delay bestimmt. Ah, okay. Oh, du gibst ja gerade eine Rose. Wie romantisch. Und jetzt? Fragen, ob sie Simmel singen ist. Genau, machen wir mal. Okay, du hast gerade dich ein wenig über ihre, sagen wir mal, Ausdünstungen beschwert. Und jetzt geht sie weg. Geht sie duschen? Ne, sie nimmt sich jetzt erst was zu fressen. Naja, wenn man stinkt, stinkt man. Ja, ne? Am Stinken ist am Stinken, ne? Du bist ja vor Ort am Abgrinsen. Wo ist der dem Kitt eigentlich? Der steht hier sinnlos in der Gegend rum. Pass mal auf, du kriegst auch jetzt was zu fressen hier. Alter, ne? Hier bitte einmal Spaghetti. Ist das nicht jetzt allerliebst? Crochet hat ein Spaghetti fressen. Die gute Bunny hat ein Spaghetti fressen. Sie stinkt wie Scheiße. Hahaha. Hahaha. Okay. Wo ist das Spielkind? Ey, du Penner oder sonst was. Oh, es schockt. Alter, es joggt. So, und dann haben wir noch ein paar gute Sprüche hier raus. Was machen wir denn mal? Mit einer Freundin zu sein. Das hat irgendwie nicht geklappt. So, pass mal auf hier. Pass mal auf, Baby. Ich bin dein Typ. Ich bin dein Typ. Okay, da kommt Spaghetti. Jetzt hau mal einen guten Spruch aus, Alter. Was soll ich hier sagen? Was soll ich hier sagen? Äh. Äh. Wo? Willst du über Enden? Willst du ein Enden bringen, Alter? Nein. Habe ich schon mal gemacht. Das hat nicht funktioniert. Okay, dann. Was ist jetzt mit ihr hier los? Was hat sie? Okay. Ich glaube, ja. Sie geht jetzt erst mal duschen. Okay. Dann hast du es gleich ein bisschen leichter. Ja, diese Nase auf der Klammer, die stört. Ja, das ist auf jeden Fall einzusehen. Okay. Ach, ist das nicht jetzt allerliebst? So. Crochet, mein Freund. Und natürlich wieder ein Computer. Was sonst? Es geht an Computer. Ja, das tut er. Bist du hier was am Hacken? Wo bist du? Bist du Spielkind 45? Yo. YouTube Spielkind 45. Geiler Channel. Hast du sogar abonniert, ne? Es sagt nichts. Ich? Ja. Ich war gerade gedanklich ganz kurz woanders. Sorry. Wo warst du hier bei? So, ich bin hier Bunny. Bisschen Fanservice für Crochet. Hier ein bisschen Bunny zeigen. Bunny, mein Baby. Wir singen unter der Dusche. Tralalalalala. Sie pfeift, okay. Ein pfeifender Sim. Und gefällt dir, was du siehst, Baby? Naja. Ja gut, es sind ein paar Pixel. Pixel, Boxel, Paxel. Sieht aus wie Minecraft. Mit dir Pixel oder was? Ja. Es ist Pixel, Boxel, Paxel, unter der Dusche. Na gut, okay. Mal gucken, ob man damit duschen können. Warte mal, das kann man testen. Wenn du gar nicht getestet. Komm mit duschen? Nachdem wir frischend duschen und dampfend duschen und kaltduschen und duschen. Können wir nicht. Ich glaube, bei irgendeiner Sims-Version ging das. Da konnte man zusammen duschen und da auch irgendwie Aktivitäten tätigen. So wie es wie Rücken einseifen? Ja genau, Rücken einseifen. Okay. Pass mal auf. Spielkind und kleiner Penner. Du wirst jetzt hier mal eine Runde den Scheiß wegstellen, äh, weglegen. Aha. Okay. Okay. Von Fressen war nichts gesagt, er sollst du es wegpacken. Ah, jetzt packt er es weg. Der spürt die Scheiße eh nicht. Das muss ich ja wieder machen. Nee, nee, nee. Okay, Bunny ist was am Ende. Ja, ja. Ja, komm. Wo es hingestellt hat, der Penner. Aufräumen. Spielkind wird es aufräumen. Ja, da guckst du dir ein. Er kann es. Er kann es. Er kann es. Er kann es. Nee, der haut sich ja erstmal was rein. Nee, nee. Ja, ja, jetzt schon. Du bist ja ein fauler Hund, Anna. Aber jetzt räume ich auf. Jetzt zerbeiße ich es. Bin der Einzige, der im Haushalt was macht. Arbeiten und er dürft den ganzen Tag nur rum. Du wirst sehen, ich bin jetzt hier ganz fleißig am Spülen. Ganz brav am Abspülen, Kollege. Meine Blase platzt zwar schon wieder, das müssen wir jetzt kurz unterbinden. Flum dum dum. Aber du wirst sehen, ich habe jetzt brav gespült. Na, siehst du es? Siehst du es? Hä? Ob du es gesehen hast, Aldi? Ja, habe ich gesehen. Da muss ich mir notieren. 23. Januar. Ist das heute? Ja. So. Du siehst mal, wenn man schon will, ist die Toilette kaputt. Die Dusche. Aktuell ist es auf der Dusche. In der Dusche. Okay, du bist ja voll am Abhecken. Was können wir denn mal? Können wir hier irgendwas hacken? Programmieren üben. Üben mal ein bisschen Programmieren, Alter. Du bist ja noch fit, ne? Ist ja noch nicht ganz... Warum bist du denn schmutzig, dass du jetzt duschen musst, Nats? Ähm. Jetzt bin ich nicht mehr schmutzig. Was ist das hier eigentlich? Kann man das... Trägt das mal. Dann kannst du gleich wieder Pipi machen. Wat nu, wat nu? Wat macht dem Crochet? Steht sinnlos in der Gegend rum. Nicht sitzen. Ne, du bist am Stehen hier. Hä? Und guckt voll... Interessiert in der Gegend. Hier trinkt das mal aus. Äh. Guckt sich das Glas an? Ja, das ist eine prima Sache. Milch. Okay. Crochet trinkt Milch. Ist wahrscheinlich ein bisschen Rum drin, ne? Ja. Muss ja. Rum ist Kakao, ne? Aha. Alles schmeckt besser mit Rum. Alles schmeckt besser mit Rum. Was mal auf, du willst jetzt hier mal ein paar Witze ergeben, Alter. Okay, ich hab irgendwas erworben an Fähigkeiten, Programmierfähigkeit oder so. Okay, Crochet, Komiker. Erzähl's mal einen Witz, Alter. Du willst ja gerade was an Witz erzählen. Mach mal einen, hau mal einen raus. Äh. Das kommt jetzt sehr spontan. Ja, du hast keinen auf Lager? Ja. Nicht was für die Welt da draußen. Aha, okay. Ja. Wieso steht denn da ein Mikrofon mit Ständer im Wohnzimmer? Weil ich das da hingestellt habe, glaube ich. Ich glaube, das ist eben, ne? Da kannst du nämlich komisch fühlen und hast natürlich Sinn. Ja, das ist sehr sinnvoll. Das ist sauber spiegelt, mein Freund. Wie sieht's hier mit dir aus? Äh, äh, äh. Was kannst denn du am Computer denn alles machen? Schreiben, online, vor allem guten Zweck, Witze schreiben, Bestellung. Okay, man kann aber was bestellen hier. Äh, ja, was war... In Foren provozieren, ja, okay. Wir provozieren mal ein bisschen in Foren. Das kann man durchaus bringen. Hm? Du bist ja noch Wort am Witz erzählen. Hast du jetzt einen ausgedacht, Alter? Äh, so. Das, ne. Okay, du hast auf jeden Fall... Ich dachte... ...fleckige Unterhose und so weiter, ne? Äh. Ja, kann ich ja nix für, wenn du so einen Scheiß erzählst, ey. Du hast übrigens gerade das Mikrofon an den Schädel gehauen. Hm. Komm, Alter, ich will einen Witz hören. Boah, ich hab keine Ahnung. Ich bin, äh... Weiß ich auch nicht. Du bist keine Witzkanone? Ich... Nee. Okay. Dafür hältst du dich aber ziemlich lange am Mikro, muss ich schon sagen. Ich kann, äh, machen, dass Luft stinkt. Ehrlich? Ja. Aber... Ich glaube, spontan ein Witz. Okay, pass mal auf, Spiegel, bis ich mal in die Tonne schlafen. Wie sieht es hier mit Crochet aus? Oh, wow. Wir beenden jetzt hier mal den Tag, ne? Das ist, äh... Flummen, aber man muss das mal noch beenden, glaube ich, ne? Flummen. Oh, dang. Marine, pass mal auf, hier nicht meckern. Geh penne, du Penner. Alter, ich sag pennen. So, ich glaube, jetzt geht er pennen. Jetzt gehen sie alle pennen. Wieso hau ich mich eigentlich immer mit dem scheiß Mikro? Das soll wahrscheinlich eine komische Einlage sein. Ich kann es mir nicht mehr erklären. So, jetzt rast die Zeit. Wuppdiwappdi, schnarchti, schnarchti und dann sind bald alle wieder wach. Das Bett habe ich übrigens als Doppelbett konzipiert, damit man da eventuell... Du weißt schon, du bist ja da auf einem guten Weg, wie ich das sehe, ne? Ja? Naja, ich liege zumindest schon mal ein Bett neben mir. Okay. Das ist wohl wahr. So, Bunny, mein Schatz, wie geht's dir denn jetzt? Ja, die Blase entleert sich gerade, das finde ich prima. Sonst sind alle Werte... Nein, sie sitzt auf dem Pott. So. So, pass mal auf, Bunny, mein Schatz, du kannst das jetzt hier mal aufräumen. Ja, siehst prima aus, brauchst gar nicht in den Spiegel gucken, das passt alles, das sitzt und perfekt. So. Okay, was können wir denn jetzt hier mal machen? Das wird bei den Leuten in den intimsten Situationen immer ranzoomen. Das macht mich ein bisschen nervös. Meinst du, dass das, das sollte ich lassen? Nein. Das ist gut. Karriere, was kann sie denn? Job suchen, Job kündigen, der kann sie noch nichts machen. Pass mal auf mehr Auswahl, das geht ja noch. Ne, okay. So, sie putzt auf jeden Fall das Waschbecken, das finde ich sehr nett. Was ist, Crochet, bist du schon wieder wach? Okay, deine Blase droht zu explodieren, das müssen wir unterbinden. Gehst du jetzt hier mal verwenden? Bunnies wird am Aufräumen. Oh. Oh. Ne, die hat einen Job, die schafft unser Geld ran und putzt jetzt hier noch. Also da kannst du dich nicht über das nette Kind beschweren. Hör mal zu. Ja. Ich mach sonst alles hier im Haushalt und der da hinten in der Ecke, der Penner. Der Penner. Der macht gar nichts. Der geht aber auch mal arbeiten. Das kannst du mal drauf lassen. Ja, das höre ich schon seit zwei Tagen, dass der Arbeiten geht. Ja, pass mal auf, ich gucke mal ganz kurz nach. Ich gucke mal, wann musst du arbeiten? Spielkind, wann musst du arbeiten? Was machen wir auch noch? Wir müssen arbeiten in 36 Stunden, in 10 Stunden. Das heißt, um 16 Uhr. Was macht der denn? Der ist Musiker. Musiker ist kein Beruf. Unterhalter. Musiker ist kein Beruf. Natürlich ist Musiker ein Beruf. Nein. Nein? Nein. Bunny drückt sich noch ein paar Spaghetti im Kopf. Scheint ihr auch zu schmecken? Ja, das ist so. Ich, äh, wann, muss denn, was ist das Wort für den Tag? Ich sehe hier gar nicht, was sind denn hier für Tage? Moment. Aufgeschlossen. Blase. Roger, du musst jetzt deine Blase entleeren, sonst geht's übel aus. Ja, dann lass laufen. Ja, ja, okay, dann machen wir mal. Hier, zim, zamm, zomm. Pipi. Also, du möchtest gerne Videospielen, klar, und du möchtest gerne Komödie schauen. Aha. So, ich zoome jetzt nicht ran an dich, wenn du während der Pipi-Aktion bist, okay? Ja, ist das okay? Hallo? Sprich mit mir. Ja. So, und jetzt kannst du nochmal mit deiner süßen hier ein bisschen, oh, das hast du jetzt doch gerade bei dir säubern. Das Scheißhaus sieht ja wieder aus wie das Letzte. Aha. Guck mal, wie es mit in den Betten liegt und nix macht. Ja, nun, ich brauche meine Kraft, ne? Für was? Für meinen Job, den ich gleich um 17 Uhr machen muss. Hahaha. Als Musiker. Als Musiker. Hahaha. Das ist natürlich hart. Ja, das ist, jetzt ist, Bunny, musst du nicht arbeiten heute? Mal ganz kurz gucken, wann muss die denn wieder arbeiten? Zweite Level, fahre ich gerade? Ich weiß nicht. Ich habe jetzt so lange keine Sims mehr gespielt. Wann musst du denn so arbeiten? Zeit für die Arbeit. Willst du nicht arbeiten, Bunny? Nee, Süße. Geht zur Arbeit, zur Arbeit gehen. Flum. So, Grigee, mein Freund, was machst du? Natürlich, an Kühlschrank. Natürlich, was auch sonst? Ja. Ihr Kind, man muss sich ja da kümmern. Ja, ist das so? Ja. So, meine Pinnband ist voll. Und der Pinnband könnte maximal, und das ist ja schrecklich. Ja, okay. So, du bist jetzt hier ein bisschen was an. Was machst du da? Ganz kurz mal gucken. So, du bitte wirst jetzt mal kommentieren, was du hier am machen bist. Ich muss kurz was nachgucken. Äh, ich gehe an den Rechner. Wo gehst du an den Rechner? Und dann? Mach ich den an. Und dann? Dann läuft der. Und dann? Gucke ich mir was an. Und dann? Und dann, und dann, und dann. Oh, Jessica, wenn du noch da sein solltest, du hast mich auf YouTube abonniert. Das finde ich super. Ich danke dir. Zip, 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 zip. So, Marshmallowmann. Zim. Ey, hast du auch einen YouTube-Kanal? Ich habe auch einen YouTube-Kanal. Die Secretur hast mich auch abonniert, Crochet. Was? Ja. Kann gar nicht sein. Nee, das stimmt auch nicht. War gelogen. War voll gelogen. Ich habe dich wohl betrogen. So, du kommentiert wunderbar. Ich sehe das schon. Ich, 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 das macht dir Spaß, wie man merkt. Ja, sehr. Okay, äh, denk gerade an Popcorn. Das ist Crochet. der den gelegentlich mal ein popcorn so ich bin immer noch was am pen das verwundert mich wie sieht es ja nicht wie sehr besagt ich auch ein stück scheiße da wird das mal ganz kurz auf im makaroni mit käse essen genug gepennt es steht auf grüße steht auf ich bin doch müde ich könnte noch ein noch fünf minuten aber er braucht ja seine kräfte weil er ja gleich als musiker richtig schuft aber so richtig von alter was bin ich noch mal warte mal ich komme jetzt bist du dann da in der innenstadt irgendwo mit seinem lama in der ecke und und trödelst darum oder ich bin offener mikrosucher aha ideale stimmung inspiriert ist gut tagesaufgabe witze schreiben musik üben level 2 der gitarren fällt wo hast du denn deine job ja irgendwo in der stadt was weiß ich wo der ist ich soll so ob du sagst aber du hast arbeit pass mal auf der stadt setze ich in seinem café und dann nach acht stunden zurück und das war aber ansprechend heute in aber ist doch scheiß egal was ich das weil du bist ja auf jeden fall hawaii toast am brutzeln und denkst an pommes mit bürger und cola ja und kurs ganz verträumt in die gegend was kommt passen trampeln die fünf gang ich bin betrunken okay so mark hat keinen job du könntest eine karriere einschlagen was wird sind machen alter ecke ja wer wer macht dann den haushalt und da stimmt das lassen wir sein ja dann lass das mal einen moment der praktikant du kannst astronaut wie wärst mit astronaut alter die rakete wie sie den da oben ja was auf ich warte jetzt bis das da ist dann kannst du gucken wie das aussieht ne 20 sekunden hast du gesagt 21 22 23 24 25 so siehst es jetzt schon sie sind astronauten ja okay dann gehe ich jetzt mal auf business business synergie effizient gewinnen wenn es dir bereits beim bloßen klang dieses wortes ausreicht das ist ja ganz schön entertainer genau das bin ich ich bin entertainer bunny ist ein geheim habe ich aber noch nichts von gesehen hat ja das kommt ja auch um 17 uhr habe ich ja gesagt so pass auf du kannst entertaint nicht du kannst ein leckermaul kann sein jeder kann zu hause oder maler kannst du sein da ist kein beruf schriftsteller auch kein beruf sportler technik guru oder verbrecher verbrecher ist sehr gut nicht jeder sinn will sich an die regeln halten als kinder da kannst du jede menge simoleons schäffeln und spaß haben berufsweichs boss und orakel oder willst du mir zu hause abhängen hat es hier kommen du bist ein harzer alter ja kommt mir eigentlich ja eigentlich ja eigentlich gut dann lassen wir dich mal hier erst mal auf essen wir erst mal müssen wir nicht vom fleische fels ne so so hier genau hast du auch hunger ja ist so ein bier und der tag gehört dir Ubi-dubi-dubi-du, boobie-du. Ja, ja. Ja, und jetzt? Boah, ist der Teller hier am Blitzen, ey. Pass mal auf, Spiegel, ne? Kursi beschwert sich ja der Ort, ne? Du musst das mal aufräumen, sonst holt er gleich, ey. So. Okay. Genau, hier, Jasmine hat gerade geschrieben, in Sims 4 fehlt noch, äh, mit Hartz 4. Genau, weißt du, das wäre geil. Genau, Hartz 4, das wäre doch eine gute Berufsoption für die Sims. Findest du nicht? Hast du übrigens gesehen? Ich habe abgespült. Jetzt umarmen die sich wieder. Was ist das für ein schwuler Verein hier? Unglaublich. Und du frisst deinen Käse? Okay, Spiegel wieder in die Klampfe. Oh, was ist das denn? Fallapfel, möchte vorbeikommen. Ja, klar, Falli, komm vorbei, sicher, Alter. Falli kennst du gar nicht, ne? Wen? Fallapfel, ne, den kennst du, glaube ich, nicht. Habe ich ein Video gemacht, äh, den habe ich, der hat mich besucht in Düsseldorf. Äh, hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Vermute ich mal, so ganz frech. Bei deinem YouTube-Bedingen? Ja. Natürlich nicht. Bei deinem YouTube-Channel fand ich eigentlich nur die Sache mit Rocket League gut. Ja, ja, weil du mitgespielt hast. Der Rest war, war qualitativ nicht so hochwertig. Nur weil du mitgespielt hast. Da ist Falli, ey, Falli, Baby, komm rein. Wo kann ich hier bitten zu gehen? Insellerwitz, Klopf, Klopf, Witze. Überörtliche Jugendbeschwerden. Ne, 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 ne. Witze über Comics machen. Genau, pass mal auf, Falli, komm rein. Das ist der gute Fallapfel. Auf YouTube auch bekannt. Äh, Falli, Baby. Das verstehe ich nicht, ne. Jetzt gehen sie rein, gehen sie raus. Guten Tag, winken sich zu. Das ist der letzte Scheiß hier. Unglaublich. Juhu. Jetzt gehen sie beide wieder raus. Mann, wie spät ist das? Das sehe ich irgendwo die Uhrzeit, Moment. Weil du musst ja gleich arbeiten. In fünf Stunden, das heißt, es muss also, ne, 12 Uhr sein. Das heißt, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ein Krusier ist hier was am Abmeckern. Ah, der guckt wieder Nachrichten, okay. Okay, ich sehe gerade, ähm, Probe, äh, was ist, L22. Hi, guten Tag. Missy, die Lux hat auch geantwortet. Das ist eine coole Sache hier. Ja, das läuft ja wie Schnitzelbraten. Jetzt steht die ganze Bagage hier vorm Haus und guckt sich die Haustür an, also. Das ist ein Verein. Bishku Buma. So, Krusier, was mache ich mit dir jetzt mal? Wie sind deine Werte hier? Ganz kurz mal gucken. Du hast aber alles im grünen Bereich, ne? Ja, ist immer bei mir alles im grünen Bereich. Echt? Ja. Das ist ja unfassbar, einmal. Was machen wir jetzt mit dir? Was willst du machen? Der Rechner ist gerade besetzt, willst du ein bisschen TV gucken? Ein bisschen hat sie gerne. Hartz IV-mäßig RTL. Ja, hier, Bauer sucht Sau oder sowas. Genau, Kanal schauen, was schauen wir denn mal? Sportkanal, Romanze, Nachrichten, Kochkanal, Kinderkanal, Comedy. RTL gibt's nicht. Was willst du haben? Sport, ne? Comedy. Comedy, okay, machen wir mal, kommen wir hier, ne? Dann guckst du ein bisschen Comedy, kannst du ein bisschen was lernen. Das ist eine gute Sache. So, Falli ist hier was am Computer am Zocken. Das Spielkind hat sich einen Joghurt gezogen. Heppedepp. Okay, das ist aber auf jeden Fall Spaß, Alter, muss man sagen, ne? Das war ein kleiner Fernseher. Ja, der ist... Ich glaub, einen größeren gibt's, glaub ich, gar nicht. Also wie gesagt, ich hab das hier ewig nicht gespielt. Müsste man gucken. Aber gut, ich mein, es reicht, ne? Du siehst hier ein paar Leute, ne? Und das müsste schon irgendwie okay sein. So. Kitt, mein Freund, Blase, du gehst ja gleich nochmal pinkeln. Na, bitte nicht im Stehen, wie eben, neulich. Das ist nicht nett. So. Okay. Okay, du erzählst auf jeden Fall fleißig hier was, ne? Was können wir in einem guten Fall immer machen? Ähm, mach's mal ein Klopf-Klopf-Witz. Hast du ja oft genug das Mikrofon in Schädel gehauen, ne? Dann müssen sie eigentlich auch einen Klopf-Klopf-Witz bringen, oder nicht? Hast du jetzt einen Witz ausgedacht, Alter? Ach, geh mir doch nicht auf die Kette mit dem scheiß Witz. Bing. Konzentriert. Okay. Sollen wir uns kloppen? Aber ich glaub, Kloppen geht hier gar nicht. Pass mal auf. Kompliment machen. Unverschämte Geschichte. Ey, pass mal auf. Cruje, ich erzähle dir jetzt eine unverschämte Geschichte. Was hältst du davon? Falli ist hier was am Tetris abzocken. Und bist du jetzt schockiert, Alter? Total. Echt? Ja, hätte ich nicht gedacht. Nein, ich auch nicht. Aber es scheint dir zugefallen. Der Chat möchte gerne wissen, wie alt du bist. Äh, sehr alt. Ich bin geboren 1879. Es ist, ähm... Sieht man dir aber auch an. Ja, also 1879, rechnen müsst ihr dann selber, Freunde. Das ist ganz einfache Mathematik. Der wird dann schwer, dass das Ding hier geschrottet. Bist mal auf Cruje, du bist ja der Mann für alles, ne? Du musst es jetzt mal ganz kurz hier ein bisschen reparieren, okay? Ja, ich. Das ist schon wieder kaputt da hinten. Ja, ja, das sag ich ja. Das ist, äh, du, 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 ich weiß nicht, wer es... Es könnte sein, dass das Spielkind das gemacht hat. Ich weiß es nicht genau. Okay, Falli, Falli, mein Freund, du bist am Titel spielen, genau. Falle ich mich an, hier, schöne Grüße, ne? Ich werde das auf YouTube wahrscheinlich hochladen. Vielleicht guckst du ja mal rein, ne? Dann kannst du sehen, dass du immer wieder da warst, wie bei uns warst. Mhm. Okay. So, Alter, du hast es sauber gemacht. Das finde ich gut. Das ist ja ein bisschen wischen, ne? Wenn hier schon der Hatzler bist, dann kannst du auch mal was dafür tun für dein Geld, ne? Ja. Findest du nicht? Eigentlich ja nicht. Eigentlich nicht? Würdest du über Fernsehen gucken, ne? Und schon vor allem auch viel schlafen. Ja, du hast noch, äh, jetzt ist deine Hygiene ein bisschen scheiße. Wolltest du das ignorieren, oder was du runde abduschen? Wir ignorieren das. Okay, was machen wir stattdessen? Äh, Fernsehkuchen. Eine Ahnung. Okay. Bin noch, äh, noch Zeit. Okay. Er wollte gerade duschen gehen, ich hab's unterbunden. So, mal ganz kurz hier bei Spielkind gucken, wie lange, wann der arbeiten muss. Oh, das Bunny-Kind ist wieder zu Hause, glaube ich. Cool. Spielkind, wann musst du arbeiten? Äh, äh, in einer Stunde. Das heißt, ich muss gleich schon. Hey, Baby, sei gegrüßt, mein Kind. Wunderbar siehst du aus. Was sagen denn deine Bedürfnisse hier? Ja, alles im grünen Bereich. Das sieht man bei Bunny selten. Okay, Crochet, willst du gleich ran an die Buletten? Ja, klar. Ja, klar, okay, pass mal auf, dann machen wir das Fallis abgehauen. Aber jetzt stink ich, ne? Jetzt stinkst du, wolltest du das unterbinden, oder? Äh, ja, duschen und nicht duschen. Dann machen wir halt eine Ekel-Nummer. Okay, machen wir eine Ekel-Nummer. Pass mal auf, was machen wir denn mal hier? Tag verschönern, wir machen erst mal einen Tag verschönern, was ist jetzt davon? Ja. Und bitte nicht im Sitzen, der macht's natürlich vor dem Fernseher. Mann, das ist wirklich Hartz-IV-Niveau, vom Allerfeindsten hier. Okay, aber wir müssen jetzt mal hier ein bisschen, was weiß ich, in Bewunderung ausdrücken. Wir schmeicheln uns mal ein bisschen ein, okay? Jetzt sitzt sie auch neben uns, das ist gut. Okay. So, und du bist jetzt der Boss, was soll ich jetzt hier machen? Wir haben die Option, küssen, sag mal küssen, Alter. Wolltest du es bringen? Ja, komm, ran da. Okay, ran da, ran da. Lass mir ran da. Okay, sie steht auf, was ist los? Hallo. Wir wollten mir gerade eine Runde abknutschen, Baby. Wo stehst denn du auf? Mehr Auswahl. Komm, Romantik, ich will jetzt hier, ne? Einen Kusshauchen haben wir schon, ne? Okay, wieder ein Feuerkuss? Wow, sie ist auf jeden Fall mächtig beeindruckt. Süße Nichtigkeiten flüchtern, flüstern finde ich immer gut. Und jetzt, Cruzee, sag, gnadenlos Kitzel machen wir erst mal. Haben wir schon. Haben wir schon, okay? Baby. Knuddeln ist gut. Knuddeln, gibt's das noch? Hubschmusen. Wie sieht denn Hubschmusen? Ja, nehmen wir. Nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir. Wir stinken zwar wie ein Otter, aber egal. Okay, ihr scheint's nicht wirklich viel auszumachen. Und, gefällt dir das? Findest du das gut? Ich, 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 ich könnte heulen. Okay. Oh, da geht was. Soll man Techtel-Mächte machen, Alter? Soll man es riskieren? Ja. Okay, ich drück drauf. Wir setzen alles auf schwarz. Alles auf schwarz. 35 schwarz. Okay, gucken wir mal. Wird das dann auch gepixelt oder nicht? Ähm, das wird, ich hab's bei, bei, bei Sims 4 noch gar nicht ausprobiert. Bei Sims 2, 3, äh, findet das unter der Bettdecke statt. Das heißt, da siehst du ein paar flatternde Laken und das war's dann. Dann bitte alle unter 18 im Stream einmal kurz, äh, eine rauchen gehen, keine Ahnung. Okay, ihr seid noch was, mächtig was am Abknutschen. Aber jetzt, Freunde, jetzt geht's los, okay? Wer einmal am Nektar genascht hat, der will immer mehr. Immer mehr. Und jetzt, und jetzt, jetzt gehen sie los, Freunde. Er macht sogar den Fernseher aus, Alter. Das ist, das muss ja was ganz Besonderes sein. Hab ich noch Sorken an? Jetzt kommt die, das aktuelle Sportstudio, beziehungsweise das aktuelle Sportstudio. Das war's. Okay, die Herzchen fliegen. Ja, wir liegen gut in der Luft. Das ist perfekt. Das ist, das, das, das... Jawohl, ich hab meine Schlubberbuchse an, das ist sehr gut. Geil! Okay, ihr seid ganz schön was am Akkernieren. Das ist auf jeden Fall... Man sieht eine Dampfwolke, das macht aber nichts, ne? Weil deine Hygiene ist grad absolut am Grund, Kollege. Absolut. Ja, die wird jetzt gerade noch schlechter. So, das sollte jetzt, äh, vier, fünf Stunden so laufen. Was? Ja, darunter mach ich's nicht. Du bist schon fertig, Alter. Und wie ist das... Ja, 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 ja. Okay, er geht jetzt alleine duschen, ich muss gar nichts klicken. Das, das war's. Das war auf jeden Fall mein erstes Techtel-Mächtel hier bei den Sims 4. Okay, Spielkindes Arbeiten. Siehst du's, Alter? Spielkindes tatsächlich Arbeiten. Ach, der versteckt sich auch draußen eben um den Büsch. Hm. So, jetzt mach was zu essen. Okay, der gute, äh, Gruppe, sagt nicht, soll Bunny was wechseln lassen, Kleidung wechseln. Was haben wir denn da hier im, im Angebot? Moment, äh. Bunny, was haben wir denn hier? Outfit ändern, okay. Baden, was hältst du von Badebekleidung? Komm, wir probieren das mal mit Badebekleidung. Aha. Ja, Baby, komm, einmal Badebekleidung für ProPL 22. Na, Baby, wie gefällt dir das? So, dann kannst du weitermachen hier. Mach weiter, auf, wieso aufräumen. Naja, sie macht weiter, super. Okay, das war auf jeden Fall die Badebekleidung von Bunny, ne? Nettes Kind hier, ne? Wow, Fanservice vom Allerfeinsten, ne? Siehst du sie, Crochet? Ein Teil, ne? Ist ja natürlich blöd. Ja, aber, hm, das ist alles vorgefertigt. Was soll ich machen? Du, 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 was haben wir denn sonst? Na Outfit, was haben wir denn irgendwas, was? Sport, Party, Nachtwäsche. Hatten wir schon? Abendkleidung? Hm, Party. Wie sieht's denn bei einer Party aus? Das ist ein Party-Dress? Was hältst du von dem Party-Dress? Hey, du bist ja voll was am Absingen unter der Dusche, ey. Alter, bist ja voll am Irritieren. Bunny? Na, das sind erstmal so alle Dresses, die ich jetzt so zu bieten habe, ey. Das ist ja, ist ja... Na, grinst du? Alter, du kannst es nicht um den Sofa pennen. Das geht nicht. Doch, Hartz IV geht. Ich bin voll der Harzer. Tralalalalala. Das ist hier, da, ne? Ich zeige das mal ganz kurz. Hier, pass auf, was ist meine Maus? Hier, Spielkind ist am Arbeiten. Ey, Baby. Jetzt guck dir mal hier den Crujet an. Alter, jetzt sag mal was dazu. Ich hab gearbeitet diese letzte Nacht. Was hast du gearbeitet? Ja, ja, das weißt du ganz genau. Du hast deinen Lachs versteckt und das war es deine Woche. Ja gut, du hast ein bisschen... Schönes Kind, wo sind wir denn wohl her? Aha, 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 aha. Ja, einen netten Gang hat sie, das muss man sagen. So, unser Harz vieler ist hier, was am abkennen, ne? Bunny, man geht auch einfach mal zum Schrank und wechseln doch da mal die Kleidung. Ein sehr heißer Tipp. Hier gibt es keinen Schracht, doch hier gibt es einen Schrank. Okay, so, pass mal auf. Was können wir denn machen? Outfit planen. Okay, dann planen wir es mal für Bunny in Outfit. Okay. Was können wir denn da so machen? Was heißt es, hat er gesagt? Naja, okay. So, magst du Törtchen? Wie auch, okay. Törtchen-Fabrik, so. Möchtest du uns hin? Nein, möchte ich nicht. So, pass mal auf. Was können wir denn jetzt hier machen? Okay. Vorgefertigte Lux. Tops. Aha. So, wir gucken jetzt mal. Krise, du schreist, wenn dir irgendwas gefällt, ja? Ja, hier Pruppel möchte gerne, der muss. Das dürfte es ein bisschen komplizierter werden. Das mal auf, was haben wir denn hier? Neue Objekte, na gut. Da, das Leder, da, 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 das heißt, Delay. Man geht immer hoch. Nochmal hoch. Das Pinke. Das hier? Nein, wo du vorhin warst. Das? Wo ich vorhin war? Und da tops oder was? Das? Ja. Das? Tops. Tops. Ja, ich bin auf Tops. Ja, wir müssen, du weißt, ne? Delay und so. Okay, jetzt bin ich auf Tops. So, was? Ja. Das willst du haben? Ja. Okay. Und was machen wir? Rock-technisch? Moment, wir können jetzt hier noch Polo-Shirts an Sweatshirts. Tanktops können wir auch machen. Was hältst du davon? Blusen? Was haben wir denn hier für ein paar Tanktops im Angebot? Was ist damit? Ne, ist es dankbar nicht, ne? Dann machen wir lieber das andere. Was ist denn eine Warzejacke? Eine Warzejacke? Hotpants ist sehr gut. Okay, aber das Top ist scheiße, ne? Nein! Ja, ich habe jetzt ein anderes genommen. Moment, ich habe jetzt einen Tanktop genommen. Können wir das machen? So, pass mal auf. So, oder eher das Grün. Pass mal auf. Jetzt ist es gleich zusammen. Tanktop. Okay, das ist ein Tanktop. Ist das okay so? Okay, und was machen wir irgendwie? Rocktechnisch, wo sind denn die ganzen Röckel? Aber du musst wahrscheinlich auf unten geklicken. Tanktop, okay. Tanktop ist erst mal gut. So, okay, dann hier. Röckel oder Shorts? Kurze Hosen? Hotpants. Hotpants. So was in der Art. Pass auf, kommt sofort. Was halten wir davon? Sehen wir es schon? Und? Andere Farbe. Hotpants. Okay, Hotpants haben wir an. Gut, dann gehen wir nochmal hier auf die Tops und machen nochmal die Farbe an. Was haben wir hier? Können grün machen. Abwohl grün ist. Und jetzt noch weiße Stöckelschuhe. Warte mal. Weißer High Heels. Was hältst du von dem, äh, von dem grüß dich Rainbow. 60480. Top in anderer Farbe. Gut, ich habe jetzt Farbe Rot gemacht. Was hältst du von Rot? So, was hast du gesagt? Stöckelschuhe. In weiß. In weiß. In weiß. Wo haben wir hier Stöckels? Hochhackige Schuhe. Mhm. Sowas hier. Oder aber ganz verwegen, äh, weiße Stiefel über die Knie. Weiße Stiefel über die Knie. Sowas hier in der Art. Äh, Krugier, was halten wir von diesen weißen Stiefeln? Sehen wir sie schon? Wir sehen die... Ja, gibt's sie auch noch länger? Nee, ich glaube nicht. Wir können ja mal runterscrollen. Hier mit Schnallen an der Seite. Aber das ist auch nicht so das Wahre. Äh, ich glaube länger gibt's hier nicht. Hausschuhe, Halbschuhe, flache Schuhe, Sandalen, Stiefel. Können wir schnell über Stiefeln. Das ist echt das Höchste. Gibt's da Westernstiefel und hier rote Boots. Solche Boots mit Schnallen an der Seite. Also die weißen. Ja, ja. Okay, nehmen wir die weißen. So. Ist das Kind jetzt gut geskullt? Was haltet ihr davon? Wollt ihr echt solche Stiefel anziehen, Alter? Ja, Alter. Geil. Okay. Hm. Na gut. Ist das okay so? Dann drück ich ab, okay? So. Wuppdi wappdi. Dann gucken wir mal, wie das Baby jetzt so aussieht, ne? So, Stieße Launen ab, halte Zufriedenheitspunkte. Mein Gott, ey, wie gesagt, ich hab das Sims 4 so gut wie gar nicht gespielt. So, da ist sie. Wo ist sie zum Fettknaff? Hallo? Süße, wo bist du? Und, ist das heiß? Jetzt geht's doch gleich sofort pennen. What? Sie pennt jetzt. Okay. Okay, pennt aller aktuell. Wo ist denn Crochet? Warte mal, der Zwischenrufer. Spielkind bei einer lokalen Veranstaltung gerade die Massen in seinen Bann gezogen, als so ein Aufmerksamkeits-Junkie-Neilisch ist und bla bla bla. Äh, ignorieren. So, wuppdi wappdi. Wo ist denn Crochet? Ist ja auch im Pen. Ach, du hast auf dem... Oh, du musst pipi. Du musst ganz dringend pipi. Gut, dann geh mal ganz schnell pipi machen. So. Gut. Crochet muss pipi machen. Und dann kann er auch was essen. Hier ist noch ein halber Joghurt, den kannst du auch essen. So. Okay, Spielkind kommt nach Hause. Wie viel haben wir verdient Kohle? Wie viel Kohle haben wir gemacht? 300 Miese wahrscheinlich. Ganz kurz mal gucken. Okay, wir müssen... Äh, das ist Mike. Okay, was ist unser Spielkind? Oh Gott, ich glaube, dem geht es gerade richtig scheiße. Hygiene ist kacke. Dann machen wir hier ganz kurz zu Abendessen. Mach mal... Mach mal einen Gartensalat. Hygiene ist auch voll was am abstinken. Und die Energie ist auch nicht mehr so ganz gut. Okay, du bist natürlich auch noch was am fressen, aber du hast auch noch Hunger. Äh, ne, geht eigentlich. Ja, so Tag auf der Couch, der macht natürlich hungrig. Ja, das habe ich mir gedacht. Okay, er macht... Oh, er hat sich gerade voll in den Finger gesäbelt. Das ist natürlich ärgerlich. Ja. Okay. Alter, du bist was am trainieren. Was ist das denn? Alter, du bist am trainieren. Ja, ja? Du glaubst es nicht. Ja, Alter. Alter, ich glaube, die Bunny hat dich irgendwie verzaubert. Kann das sein? Ja. Was macht ihr jetzt mit dir? Stehst hier rum wie so ein... Wie so ein Hey, O'Pay. Du guckst in die Gegend. Was denn das für ein Burger-Symbol da? Ganz kurz mal gucken. Da wird irgendwo... Ne, egal. So, pass mal auf. Bist du jetzt was am Fressen hier? Ja, komm, haust dir rein. Gut, das ist schon mal... Dann geht der Hunger schon mal weg. Danach gehst du was Pipi machen. Äh, was duschen. So, okay. Na gut. So, Grigee, mein Freund. Du wirst jetzt... Äh, auch noch was essen. Komm, mach dir noch was zu essen, zu Abendessen. Was wolltest du haben? Macaroni, Grillkäse, Gartensalat, Fisch-Tacos, energiereicher Proteinteller oder, äh, Buntbarsch aus der Pfanne? Naja, da ich ja gerade ein paar Sit-Ups gemacht habe, nämlich den Grillkäse. Den Grillkäse. So soll es sein. So, der billigste. Drei Pfeifen. So. Alright. So. Ja, haut er sich in den Schädel. Gut. So, Kitt, mein Freund. Du gehst jetzt auf jeden Fall noch was duschen. Erst gehst du pissen, dann gehst du duschen. Zimt, 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 duschen. Während Grigee hier... Alter, du hast es voll drauf vermehrt. Das ist ja unglaublich. Weiß er mich? Du hast es voll drauf vermehrt. Du machst hier voll die Faxen. Jetzt hast du die Küche abgefackelt. Komm weg da. Scheiße. Komm her, komm her, komm her, komm her. Alter. Du darfst jetzt nicht sterben. Oh, Wanny löscht das Feuer. Alter, du brennst. Du brennst nicht. Hallo. Mach den aus. Mach den Krüger aus. Krüger, komm her, sonst verweckst du. Alter, du stirbst gerade. Ich bin ein heißer Boy. Aber du brennst immer noch. Ja. Jetzt nicht mehr. Alter, du bist voll abgekokelt. Dass da nichts in die Pfanne reinkommt. Okay, ich hab dich gerade noch so gelobt. Du bist ja im Meisterkocken. Jetzt stehst du hier voll angesengt, Alter. Boah, bei Sims 1 wärst du gestorben. Das ist auf jeden Fall amtlich. Okay, Krüger, du musst, glaube ich, dann... Okay, Spieken ist gerade... Siehst du es gerade? Das ist immer Action bei mir, ne? Aber da ja... Der eine ja jetzt einen Job hat, ist das ja gar kein Problem. Mann, 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 ey. So, ich glaube... Okay, du musst jetzt, glaube ich, erstmal eine Runde duschen, sonst irgendwie... Quatsch! Du willst ja so ins Bett gehen? Ja, klar! Guck mal, du bist voll Amor hier, du bist voll schwarz! Ne, du gehst natürlich erstmal an und du räumst auf. Das ist natürlich amtlich, ne? Das ist natürlich voll amtlich. Alter, du hast gerade irgendwie echt dein Feuer fast überlebt. Und bist jetzt hier was am Abspülen, ey. Alle Achtung, Kollege. Alle Achtung! Kleine Feuer da. Okay, pass mal auf, du musst jetzt erstmal hier duschen. Er braucht neue Kleidung, sagt er, ist abgebrannt. Mal ganz kurz gucken. Ich muss ja neue Klamotten haben. Hier, guck dir jetzt mal den Scheiß hier an. Ich glaube, den müssen wir ersetzen, ey. Ja, super, müssen wir ersetzen, ey. Die ganze verkackte Hütte hier abgefackelt, ey. Nur weil ich mein Grillkäse haben wollte. Aber sieh, es ist eine hohe Liebe, jetzt pass mal auf. Du gehst erstmal duschen. Kind, du gehst jetzt erstmal duschen. So. Oh Gott, jetzt ist die Dusche auch kaputt. Das musst du erst reparieren, Alter. Was ist denn hier eigentlich für... Das ist ja eine reine Horror, das geht ja gar nicht. Pardon. Oh Mann, ey. Was für eine Chaosgeschichte. Ja, wir müssen jetzt erst die... Wir machen jetzt folgendes. Wir werden jetzt hier noch die Dusche reparieren. Dann wird der gute Crochet noch duschen gehen. Und dann machen wir hier langsam mal eine Pause. Was ist das jetzt hier? Feuer gelöscht, okay. Angesenkt, weil es hin gebrannt hat. Ja, ist natürlich scheiße. Wascht das Zeug besser ab, Gute. Wir müssen jetzt erstmal hier... Erstmal hier das Ding reparieren. Ich hoffe, das kriegt er schnell hin. Und dann machen wir... Was hältst du davon, Crochet? Ja. Aber das kriegen wir noch hin, ne? Ja. Das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. So. Okay. Bunny stinkt auch wie nix gut ist. Aber ich glaube, Crochet muss jetzt als erstes mal duschen. Sonst... Bleibt das schwarz. Das wäre schade. Nein. Ich bin gerne schwarz. Achso. Das habe ich hier vergessen. Okay. So, du hast auf jeden Fall Level 4 der Geschicklichkeitsfähigkeit. Das ist schon mal super. Du kriegst es aber trotzdem nicht hin. Alter, komm jetzt mal schneller da. So, Moment. Okay, so, pass mal auf. Und dann kannst du jetzt sofort duschen. Alter. Ja, 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 genau. Ja, ja, du bist schwarz und stinkst. Ich weiß, das ist, ne? Aber jetzt... Geht der duschen. Er geht duschen. Spiegel ist voll entsetzt. Okay. So, bin mal gespannt, ob das funktioniert. So, Kit, mein Freund. Deine Blase ist... Da musst du erst mal durch, weil... Crochet muss ich jetzt erst mal, ne? Das dauert. Ja, erst mal. Bis das weg ist, das dauert. Bis der ganze Körper sauber ist, das dauert. Das wird Jahrhunderte dauern. Das ist... Und wieder zoomt er ran, als... Ja, das ist Fan-Service für die Ladies, Alter. Hm, verstehe. Ja? So, ähm, gucken wir mal. Alter, man muss auch pinkeln, ne? Scheiße. Er geht ins Bett. Bunny, wie fit bist du noch? Okay, die muss auf jeden Fall auch gleich noch duschen. Reicht's für ne Nummer? Ja, ja, wahrscheinlich. Aber nur warten wir heute schon, insofern, ne? So. Bitte umziehen lassen. Ja, ja, probieren wir machen das so. Wir lassen jetzt den guten Crochet noch mal duschen. Und dann werden wir den Stream auch hier beenden. Ich muss leider noch mal gucken, ob das jetzt mit den Einstellungen alles soweit okay ist. Wird das Ganze dann mal mir anschauen, durchrennen und dann auch noch mal auf YouTube hochladen. Also, geht auf jeden Fall weiter. Ich weiß noch nicht genau wann, aber wir werden die Glitches auf jeden Fall noch mal spielen. Ich hab auch noch ne, ähm, sagen wir mal ne El Bundy, ähm, Staffel am Laufen, was die Sims 4 angeht. Mit El Bundy, mit Kelly Bundy, mit, ähm, Kelly und Butt. Und das müsste man auch noch mal schauen, dass man das eventuell streamt. Ich weiß aber noch nicht genau wann. So, okay, Spielgift muss pissen. Okay, dann gehst du jetzt noch mal pissen. Sim verwenden. So. Okay, du bist wieder voll sauber, Alter. Auch deine Klamotten sind wieder sauber. So, alrighty. Okay, die Blase ist durch. Bei Bunny sieht's glaube ich auch nicht viel besser aus. Okay. So, meine Leute. Wir machen jetzt jemand Päuschen. Das war ja mehr oder weniger nur mein allererster Teststream. Und insofern, ähm, muss ich jetzt noch ein paar Sachen hier, äh, Revue passieren lassen, reflektieren, wie auch immer. Ich sag jetzt erstmal vielen, 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 vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und, ähm, geht dann irgendwann weiter hier. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann wir weiter streamen. Wird auf jeden Fall passieren. Und ja, auch vielen, vielen Dank an Kruget, mein Freund, dass du hier mitgewirkt hast. Das war sehr lustig. Ich danke auch. Ja, und hier guckst du doch mal ganz genau in die Kamera. Und ja, dann würde ich sagen... Und lasst ein Follow da. Ja, das könnt ihr gerne machen, Freunde. Ich weiß zwar noch nicht genau, wann wir wieder anfangen, aber es wird hier mit diesem Chaoten weitergehen. Nun, während das gute Spiekent sich hier an, vielleicht am Mauspissen ist, Bunny irgendwas macht, dem Crochet irgendwas macht, ist auf jeden Fall alles wieder im grünen Bereich. Liebe Leute, ich sag, vielen, vielen Dank und verbleibe wie gehabt. In diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Halte dich wacker. Ciao, ciao. Euer Spiekent 45 live.